Hallo, liebe Deutsch-Lernende! Machen wir eine kleine Aussprache-Übung. REGISSEUR Wiederhole nach mir. REGISSEUR Wie du dir denken kannst, haben wir dieses Wort von den Franzosen übernommen. Wenn du also ein bisschen Französisch kannst, dann ist dieses Wort bestimmt einfacher für dich. Was ist ein Regisseur? Nun, ein Regisseur ist jemand, der Regie führt, also die künstlerische Leitung hat. Er hat die künstlerische Leitung. Er leitet zum Beispiel einen Film oder ein Theaterstück. Das ist ein REGISSEUR. Alfred Hitchcock war zum Beispiel ein berühmter REGISSEUR. Er führte REGIE. Lass uns das nochmal üben. REGISSEUR Jetzt du. Okay? REGISSEUR REGISSEUR Ein REGISSEUR führt REGIE. REGISSEUR REGISSEUR Okay, sehr gut. Ein letztes Mal REGISSEUR. Jetzt du. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Tschüss! REGISSEUR REGISSEUR REGISSEUR